4,5,5. Sie ist die mit Holz. Und die haben wir auch schon gesehen mit dem Grund. Ich bitte noch mal 1,2,3,2,3,2. 1, 2, 3, gehen mit dem Holz, 4, da oben, 4, die hatten wir schon, die hatten wir auch schon, aber 4 sind es. Und wann können die Autos fahren? Die fahren gar nicht, die haben keine Schiene.